Hey und Willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu diesem kleinen Clip für zwischendurch. Und zwar geht es um Bergwerk Labs. Ihr wisst, es geht weiter, der Server bleibt weiterhin bestehen. Und wir brauchen aber dafür, damit das alles auch wirklich so klappt, wie wir uns das vorstellen, neue, findige, kreative Teammitglieder. Und dafür haben wir aktuell eine Architektenbewerbungsphase. Und es wäre wunderbar, wenn ihr euch den nachfolgenden Film anschaut und daraufhin entscheidet, hey, das Team ist sympathisch, das gefällt mir, da möchte ich dabei sein. Den Kurzfilm, den hat der liebe Jack erstellt. Den kennt ihr vielleicht noch aus ein paar GTA-Folgen oder wir hatten auch ganz, ganz früher ein paar Master-Bilders-Folgen zusammen aufgenommen. Und der hat sich ein paar Leute aus dem Team geschnappt und die haben, wie gesagt, einen sehr, sehr, sehr schönen Kurzfilm erstellt, der jetzt gleich kommen wird. Und wenn ihr dann sagt, ja, ich habe schon Erfahrung, ich baue leidenschaftlich gerne und ich baue nicht nur Sandtürme und Erzpenisse, sondern eben auch etwas Aufwendigeres, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch bewerbt auf bergwerklabs.de und alles Weitere gibt es jetzt in dem Video und auch einen kleinen Ausschau darauf, was euch erwartet, wenn ihr Teil des Black-Way-Labs-Teams seid. Es ist fantastisch. Ich sage nur eigenes Flugzeug, eigene Yacht, eigenes Haus, eigene Insel, alles. Also es ist ein, also was es da für Bonis gibt, Leute, es ist unfassbar. Und natürlich ein super sympathisches Team, das euch hier erwartet. Und wir freuen uns alle auf eure Bewerbungen und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Clip. Wenn er euch gefällt, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ansonsten hören wir uns, also wir beide oder wir alle, hören uns spätestens im nächsten Video wieder. Macht's gut, euch ganz viel Spaß und einen fantastischen Tag. Tschüss, euer Bergmann. Mann, ich bin der Beste im Bauen. Ich könnte einfach jeden schlagen. Herzlich willkommen zu Ihrer Lieblings-Sendung. Die BAUS-Show. Und hier ist Ihr Lieblings-Moderator, Lu von Schweizer. Danke, danke und noch mal danke. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Ihrer Lieblings-BAUS-Show. Hier sind heute unsere Kandidaten. Zuerst den Herausforderer, Herr Bergmann. Und ihren unbesiegten Champion, ähm, Wolfsk. Kommen wir gleich zur ersten Runde. Frag den Experten. Erste Frage. Nennen Sie die ID von einem Erdblock. Drei? Was? Richtige Antwort. Wups. Hä? Was? Nächste Frage. Nennen Sie die ID von Schwarzer Wolle. 35,15. Jetzt ein Kartoffelsalat. Das wäre wunderbar. Richtige Antwort. Wolfskrieg. Wie kann das denn sein? Kommen wir zur nächsten und zur letzten Frage. Nennen Sie die ID von einer Holzleiter. 65. Äh, ja? Richtige Antwort. Wuffelskrieg. Hier stimmt doch was nicht. Stimmen höre ich auch manchmal. Und zwar die Stimmen des World Edits. Unserem nächsten Spiel. Aber erst nach der Werbung. Mein Bergärtlex. Lass das, lass das. Du und deine Angel. Jetzt komm her. Oh, hallo. Mein Name ist Delin. Sie kennen mich vielleicht als Moderator von Bergärtlex, als Stimme des Moderationsbewerbungsvideos oder als Ansage der Bauschow. Da mich diese Arbeiten noch nicht auslasten, arbeite ich nebenher als Perukenverkäufer im Perukenladen. Kommen Sie doch mal vorbei. Oh, scheiße, Mann. Na? Hast du wohl kein Schwert gehabt, wa? Oh, scheiße, Mann. Mein Bergärtlex. Ah, mein Schleckkamaul. U.M. Es steht aktuell 3 zu 0. Und wir kommen zu unserem letzten Spiel. World Edit. Hier gibt es 5 Fragen. Wer den Buzzer als erstes drückt, darf als erstes antworten, logischerweise. Kommen wir zur ersten Frage. Wie ist der Befehl, um ein Viereck zu setzen? Waltz. Oh, hallo. Ich glaube, ich sollte mir mal wieder meine Fingernägel schneiden. Der Punkt ging an Wilskio. Das ist doch Betrug hier. Nein, Betrug ist die Sendung nach ihrer Lieblingsshow. Matchball. Bei der nächsten Frage kann Wilsk die heutige Show für sich entscheiden. Es steht 4 zu 0. Letzte Frage. Wie verändert man ein Biom in Minecraft? Z. Bayern. Hat es Wafelskrieg geschafft oder nicht? Ja, hat er. Das ist doch Betrug hier. Danke Ihnen fürs Einschauen. Bewerben Sie sich jetzt als Architekt auf Bögelclaps. Wir sehen uns wieder, bis es wieder heisst... und so auf. Ich bin auch bitte. Das geht mal für euch. Wir sehen uns IS jetzt bei mir im Anschluss, bei zwei! Wir sehen uns dort, bis jetzt ist es entgegen. Bis zum nächsten Mal.